Bevor es losgeht, dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Die Hosts oder der Verlag übernehmen keine Haftung für Anlageentscheidungen, die sie aufgrund der im Podcast gehörten Informationen treffen. Leben mit Aktien – ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche mit Christian Wirröl und Horst von Butler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Ich bin Horst von Butler. Und ich bin Christian Wirröl. Und was soll ich sagen, er ist wieder da. Äh, wieso? Ich bin doch schon länger aus dem Urlaub zurück. Ich meine nicht dich, ich meine jetzt die wirklich wichtigen und erfolgreichen Leute, die über lange Jahre schon erfolgreich sind. Ich meine natürlich Stefan Raab. Ja, ich bin mit ihm aufgewachsen in den 90er Jahren. Am Montag gab es nichts anderes als TV-Total. Ich muss zugeben, ich habe ihn dann so im Laufe der Jahre über die VOG-WM auch verloren. Jetzt ist er wieder da. Ja, Wahnsinn. Boxkampf. Und man fragt sich natürlich, ist es jetzt das Comeback des Jahres, des Jahrzehnts? Er hat sich von Regine Heil mich vermöbeln lassen oder hat er metaphorisch nicht gewonnen? Ja, aber er ist nicht nur zurückgekommen für diesen einen Boxkampf, sondern er will ja wieder TV-Unterhaltung machen, ja? Mindestens fünf Jahre lang. Also das große Revival, du kannst dich wieder vor den Fernseher setzen. Du gewinnst hier nicht die Millionen bei Stefan Raab. Aber er 90 Millionen gewinnt er angeblich über fünf Jahre. Ja, ist doch eine ganz ordentliche Geschichte, womit man mal loslegen kann. Wirst du einschalten oder nicht? Nee, ich werde nicht einschalten. Ja, also ich kann mit Fernsehen, abgesehen von Fußball und Filmabend mit meinem Sohn, nicht viel anfangen, ja? Weder daheim, auf dem Sofa, ja, noch an der Börse. Ich habe zwar 1997 beim Börsengang von ProSieben ein paar Aktien gezeichnet und auch zugeteilt bekommen, diese aber relativ schnell wieder an die Wand geknallt und da nie wieder angefasst. Und ich muss sagen, auch nicht viel verpasst, außer ordentlich Nervenkitzel. Denn so bei Kursen von fünf Euro notiert ProSieben heute ungefähr halb so hoch wie beim Börsengang. Wobei also unter eins bis über 40 war alles dabei in den letzten 27 Jahren. Es gab auch zwischenzeitlich mal ordentliche Dividendenrenditen. Aber letztendlich die Heimat von Stefan Raab, die alte Heimat, ist alles andere als das, was man jetzt so einen Compounder nennen würde. Also das hast du gerade wirklich stark untertrieben. Ich meine minus 60 Prozent in den vergangenen fünf Jahren. Selbst inklusive der Dividenden hat man die Hälfte seines Kapitals verloren. Da sieht es beim neuen Arbeitgeber von Stefan Raab schon besser aus, der übrigens mein alter Arbeitgeber ist. Hier kleiner Disclaimer. Ich arbeitete ja mal bei Gruner und ja, übernommen dann von RTL. Dadurch war ich kurzzeitig auch im Bereich von RTL. Die Aktie von RTL hat in den vergangenen fünf Jahren zwar auch rund ein Drittel eingebüßt, aber wenn man, ähnlich wie der DAX es das ja auch macht, die Dividenden einrechnet, reduziert sich das Minus auf acht Prozent. Das ist jetzt auch nicht sehr berühmt und berüchtigt. Schließlich hat der DAX in dieser Zeit rund 50 Prozent zugelegt. Aber ich vermute mal, auch das einstellige Kurs-Gewinn-Verhältnis ist für dich, Christian, jetzt keine Motivation, auch hier bei dieser Aktie einzuschalten. Nee, also Fernseher bleibt aus, auch im Depot. Natürlich ist die RTL-Aktie günstig bewertet, ja. Je nachdem, ob du jetzt zwölf Monate nach hinten schaust oder auf die Erwartungen für die kommenden zwölf Monate blickst, zahlt die Börse hier gerade mal den acht- oder neunfachen Gewinn. Und bei ProSieben wird nach dem Verlust 2023 für das laufende Jahr sogar wieder ein Ergebnis von einem Euro je Aktie erwartet. Da steht sogar dann ein KGV von fünf, juhu. Aber die Fernsehaktien sind eben billig aus gutem Grund. Lineares Fernsehen ist ein Thema der Vergangenheit, was man ja allein schon an den Umsätzen ablesen kann, die über die letzten zehn Jahre mehr oder weniger stagnieren. Also nicht mal die Inflation widerspiegeln. Die Gegenwart heißt Streaming, die Zukunft sowieso. Und da konkurrieren RTL und ProSieben eben mit so kleinen Unternehmen wie Netflix, Walt Disney, Amazon, Apple. Tja, und wenn man das sowieso schon alles abonniert hat, wofür braucht man dann noch RTL Plus? Also es ist ein sehr spannendes Geschäft, aber auch die großen kämpfen. Ja, wir haben ja immer über Walt Disney geredet, die Streaming-Dienst gerade ins Plus gedreht haben, Netflix auch. Es ist ein hochzyklisches Geschäft, sehr abhängig von der Stimmung der Konsumenten. Es wird technologisch disruptiert. Ja, braucht hohe Investitionen in die Zukunft, um diese Transformation zu schaffen. Und wenn ich diese Worte sage, Christian, ich meine, das sind ja alles so Transformations-Schlagwörter und Floskeln, die ich hier loslasse. Das ist das Transformation-Bingo. Ja, Bullshit-Bingo. Aber es ist ja auch alles trotzdem richtig. Aber da fällt mir auch eine andere Branche ein, und zwar die Autowirtschaft. Ja, wir haben über Volkswagen lange gesprochen in der letzten Folge. Er regt immer noch die Gemüter. Und dann gab es auch noch von BMW schlechte Nachrichten. Sie haben Rückrufe wegen defekter Bremsen, die Continental geliefert hat. Müssen wirklich viele Fahrzeuge zurückrufen. Und dann gab es noch eine Meldung mit einer schlechten Nachricht. Und ich zitiere mal, eine weiterhin gedämpfte Nachfrage in China. Und der Konzern spricht von einer Anpassung der Jahresprognose. Christian, das ist doch ein Euphemismus. Früher nannte man das mal eine geharnischte Gewinnwarnung. Ja, ja, dieses Verschwurbelte, das kennen wir ja inzwischen durchaus. Also wenn wir einfach mal auf die Zahlen gucken, die BMW da geliefert hat. Bei den Auslieferungen an Kunden wird dies Jahr nun ein leichter Rückgang erwartet, nachdem man zuvor noch von einem leichten Anstieg ausgegangen war. Die operative Marge soll statt 8 bis 10 Prozent nur noch 6 bis 7 Prozent betragen und die Rendite aufs eingesetzte Kapital, der sogenannte ROCE, nur noch 11 bis 13 Prozent, nachdem man zuvor 15 bis 20 Prozent in den Raum gestellt hatte. Klar, so zweistellige Kapitalrenditen sind immer noch beachtlich, genauso wie der in Aussicht gestellte Automobile Free Cash Flow von über 4 Milliarden. Aber auch dazu einfach mal eine Einordnung. Im vergangenen Jahr haben wir halt einen Automobilen Free Cash Flow von BMW in Höhe von 6,9 Milliarden Euro gesehen und im Ausnahmejahr 2022 sogar 11,1 Milliarden. Wir sehen also genau das, was wir in der vergangenen Woche am Beispiel Volkswagen durchdekliniert hatten. Erosion. Bei den Zahlen genauso wie bei den Perspektiven und damit eben auch bei der Stimmung. Und Christian, du hast jetzt so lange über Fernsehen geredet. Ich habe eben in deinen, wie immer, erstklassigen Notizen, als du über das eingesetzte Kapital gesprochen hattest und die Abkürzung R-O-C-E, habe ich Roche gelesen. Ich dachte, wolltest du über diesen, kennst du noch den Typen? Roche! Den Stöckelschuhen Kobana aus Let's Dance und jetzt heißt es am Ende wieder nach, da guckt der Röhl doch Fernsehen. Naja, der ist schon so lange dabei, zu Zeiten, wo sogar ich noch Fernsehen gemacht habe. Also, der Podcast, die Handtasche muss lebendig sein, unser Podcast natürlich auch. Doch, das Depot muss auch lebendig sein und da heißt es ja immer, the trend is your friend. Ja, der Trend in der deutschen Autoindustrie ist jedenfalls weiter nicht nach oben gerichtet, eher nach unten. Krise überall und das strahlt natürlich auch auf die Regierung ab. Und da melden sich natürlich jetzt immer mehr Leute aus ihrer Versenkung, aus dem Ruhestand und niemand Geringeres als der Porsche-Chef. Wendelin Wiedeking hat sich auch zu Wort gemeldet, nachdem er übrigens Oliver Blume gelobt hat, wie Herbert Dies, der Vorgänger bei Volkswagen, auch Blume gelobt hat. Lesenswertes Interview von dem Kollegen in der Wirtschaftswoche, der hat gesagt, der Olli macht das eigentlich gut. Aber Wiedeking hat jetzt ausgeteilt gegen die Politik, er hat gesagt, wir werden gesteuert von Laien, die nichts gelernt und ihrem Leben auch nichts zustande gebracht haben, außer in der Politik ein großes Wort zu sprengen. Das sind jetzt ganz schön harte Worte und ich sehe das so ein bisschen ambivalent, Christian, wie siehst du das? Ja, ich bin jetzt sicherlich bekanntermaßen nicht im Ampel-Fanclub, aber irgendwann muss man sich auch fragen, was bringt jetzt dieses ständige Politiker-Bashing, wenn da jeder jetzt nochmal aus den Löchern hervorgekrochen kommt und nochmal draufhaut, ja? Wo ist das Ziel und vor allem, wer macht's denn besser? Und deswegen auch mal ganz konkret an die Adresse von Herrn Wiedeking, ist ja jetzt 15 Jahre her, dass er bei Porsche ausgestiegen ist und in der Zeit hätte er sich ja durchaus auch mal politisch betätigen können, wenn ihm denn die Zukunft unseres Landes so sehr am Herzen liegt. Ja, Leute mit seiner Erfahrung, seinem Format und, ganz wichtig, auch seiner finanziellen Unabhängigkeit, würden der politischen Szenerie sehr gut zu Gewicht stehen, also insbesondere so als Gegengewicht zu Ricarda Lang und Kevin Kühner, da dürfte gerne mal mehr kommen. Du hast es tatsächlich bei Ricarda Lang sehr gut zu Gewicht sehen gesagt, du meintest offenbar Gesicht sehen, aber ich lasse jetzt mal den Freudchenversprecher durchgehen, müssen wir auch nicht korrigieren. Ja, Unternehmer der Politik, das wäre jetzt fast schon eine Überleitung zu Donald Trump, ist natürlich eine große, gab es einen großen Aufreger, erneuter Attentatsversuch, aber wir wollen nicht über den Wahlkampf in den USA sprechen, es gibt ja viele Themen, auch die Fettsitzung lassen wir erst nochmal liegen, wir schwadronieren und orakeln da nicht mit rum, bis die Fakten auf dem Tisch liegen. Es gibt andere Themen, die hierzulande auch wichtig sind und da schauen wir mal kurz auf die Deutsche Bahn heute, denn die verkauft ihr Tafelsilber und zwar nicht an einem Private Equity Investor, sondern an eine dänische Spedition. Ja, der Verkauf von Schenker, eine sehr interessante Transaktion, damit geht eigentlich eine 22-jährige Erfolgsgeschichte, ein neues Kapitel fängt an und ich meine jetzt nicht die Deutsche Bahn, sondern Schenker natürlich, darauf blicken wir natürlich und wir müssen auf eine Bank schauen. Ja, bei der Commerzbank könnte nämlich ebenfalls ein Deal bevorstehen, denn heimlich, still und leise hat die italienische Unicredit sich bei der zweitgrößten deutschen Bank eingekauft, was nicht nur ein Schlaglicht auf die Bankenlandschaft insgesamt wirft, sondern auch zu der Frage führt, ob Privatanleger jetzt noch hier aufspringen sollen. Ja, Anfang der Woche hat der Chef von Unikredit, Andrea Orsell, nochmal deutlich gemacht, was er vorhat. Er möchte sich nicht nur mit der Rolle als zweitgrößter Aktionär der Commerzbank zufrieden geben, er hält eine Komplettübernahme für die beste Lösung. Ich zitiere, eine Zusammenführung beider Banken könnte zu einem erheblichen Mehrwert für alle Stakeholder führen und würde einen deutlich stärkeren Wettbewerber auf dem deutschen Bankenmarkt schaffen, hat Orsell dem Handelsblatt gesagt. Mit der Commerzbankführung, die einer Übernahme skeptisch bisher gegenüber steht, will Orsell einen konstruktiven Dialog führen. Also wenn man sich so seine Statur mal anguckt, da kann ich mir vorstellen, dass das auch ein robuster Dialog sein wird, denn gleichzeitig erhöht er natürlich den Druck auf das Management der Banker in Frankfurt und sagt, wir werden ein aktiver Aktionär sein. Er sagt, die Commerzbank hat durchaus ihre Hausaufgaben gemacht in den vergangenen Jahren, stimmt ja auch, aber sie müsste stärker wachsen und noch profitabler werden. Zitat nochmal, das aktuelle Management hat hier deutliche Fortschritte gemacht, aber meiner Meinung nach kann man noch viel mehr tun. Die Eigenkapitalrendite der deutschen Unikredit-Tochter HVB sei doppelt so hoch wie der Commerzbank. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie schauen wir da drauf und vor allem, wie verhält man sich als Aktionär? Ja, also zunächst mal hat er hier sehr deutliche Worte gesprochen, dass er einen Zusammenschluss will. Aber es wirkt schon so, dass man etwas überrascht ist von der Möglichkeit dazu. Denn sonst hätte man ja, wie das so Usus ist, auch einfach eine Ankündigung eines Übernahmeangebots machen können. Und da sieht man, das ist alles noch nicht gemacht. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass so Deals nicht so komplett im Sande verlaufen und totgeredet werden, wie mal damals bei Covestro und Adnock diese Übernahme. Aber Apropos Überraschung, er hat nochmal von sich gewiesen, dass jetzt irgendwie der Bund oder die Politiker so übertöubelt und überrannt wurden. Natürlich gab es da eine Kontaktaufnahme und er hat auch nochmal geschildert, als der Bund angefangen hat, Aktien zu veräußern, gab es natürlich auch Gespräche mit der Unicredit. Man hat das angedeutet, insofern war er überrascht über die Überraschung. Aber die haben keine Ankündigung für ein Angebot jetzt in der Tasche. Insofern wurden sie, glaube ich, ein bisschen davon überrumpelt, dass der Bund verkaufen wollte. Das ging dann alles sehr schnell. Und ja, deine drei Punkte, Christian. Was sind deine drei Punkte? Das ist doch zunächst mal logisch, dass Unicredit mit diesem 9-Prozent-Paket an der Commerzbank nichts anfangen kann. Und selbst wenn sie jetzt die restlichen 12 Prozent vom Bund kaufen, dann haben sie 21 Prozent. Das ist eine faktische Sperrminorität in der HV. Aber positiv gestalten kannst du damit nicht. Und einfach nur das als Finanzbeteiligung irgendwie so rumliegen zu lassen, dafür ist der Preis wohl ein bisschen zu hoch. Insofern ganz klar, nie seit der Finanzkrise war die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass die Commerzbank in neue Hände kommt. Und das wäre ja auch gut so. Denn der europäische Bankensektor ist doch immer noch zu stark fragmentiert. Und die Commerzbank ist letztendlich zu klein, um eigenständig zu bleiben. Und auch der Umstand, dass ja der aktuelle Vorstandsvorsitzende Manfred Knoff seinen Vertrag nicht verlängert und jetzt eigentlich seit Dienstag auch nach der Berichterstattung insbesondere von Lukas Czalek in der Wirtschaftswoche so ein bisschen rüberkommt, wie so eine Lame Duck, ja. Das müsste eine Transaktion ja tendenziell begünstigen, trotz dieses starken Aufsichtsratsvorsitzenden Weidmann. Ja, Jens Weidmann zieht natürlich im Hintergrund die Fäden, muss man sagen. Das war der erste Punkt. Also, es sieht aus, nach dem, was das Handelsblatt am Wochenende das große Bankenmonopoly genannt hat. Und man muss auch sagen, es ist ja das erste Mal jetzt seit vielen Jahren, dass wieder etwas wirklich Wesentliches passiert auf dem deutschen Bankensektor. Zweiter Punkt ist, viel kommt natürlich darauf an, was der Bund jetzt will und was er macht und wie er sich verhält. Und ich denke mal, Christian, jetzt kann Christian Lindner auch endlich mal sein liberales Profil zeigen. Hat er ja nicht so viel Gelegenheit dazu. Ja, aber jetzt geht es und zwar in seinem Wirkungsbereich. Genau, es gibt ja keinen rationalen Grund, warum der Bund jetzt weiterhin an der Commerzbank beteiligt sein müsste. Es ist ja höchste Zeit, dass er da mal rausgeht. Ich meine, das 2008 investierte Geld wird der Staat eh nicht wiedersehen. Da kann man jetzt so lange warten, wie man will. Jetzt hat er zumindest eine Chance, einen ordentlichen Preis zu zielen, auch in einem ordentlichen Verfahren. Und unter Manfred Knoff hat die Commerzbank zwar zuletzt sehr überzeugende Ergebnisse geliefert, aber die waren und sind eben nicht nur den strukturellen Fortschritten geschuldet, auch. Aber sie sind natürlich auch eine Folge der Zinswende. Denn wenn die Zinsen zurückkommen, und das sind sie ja in den vergangenen Jahren, dann steigt bekanntlich die Zinsmarge für die Banken. Davon leben sie ja, dass sie Einlagen einsammeln und teurer wieder verleihen. Aber jetzt sinken ja die Zinsen auch schon wieder. Es kann auch sein, dass die größte Blüte schon wieder vorbei ist. Ja, auch der Wettbewerb um Einlagen und Kreditnehmer wird ja wieder aggressiver geführt. Und parallel dürfte die Wirtschaftsflaute in Deutschland am Firmenkundengeschäft, das die Commerzbank ja nun auch deutlich ausgebaut hat, nicht so spurlos vorbeigehen. Und deswegen an Christian Lindner die Aufforderung, mit Wilhelm Tell Schiller zu sagen, vollend ich's, die Gelegenheit ist günstig. Du bist ja ganz schön bildungsbürgerlich heute hier unterwegs. Ja, ich habe gesagt, ich gucke nicht Fernsehen, jetzt Schiller zitiert. Mal gucken, ob ich immer noch den Faust irgendwo reinkriege. Nun stehe ich hier Amateur, könntest du irgendwo auch sagen vielleicht. Ja, oder wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Ja, erlösen können wir sicherlich die Politiker auch von der Verantwortung für stellen. Weil klar, da sollte man sich keine Illusionen machen. Es wird Nebenwirkungen dieser Übernahme geben. Die Unicredit würde sukzessive Standorte zusammenlegen und schließen, sogenannte Synergien heben. Die Belegschaft würde strumpfen. Aber da ist ein Thema sozialverträglich. Und zum anderen, diesen Prozess kann der Staat ja ohnehin nicht aufhalten. Denn Deutschland ist nach wie vor das, was man schon vor 20 Jahren overbanked genannt hat. Wir haben zu viele Banken, zu viele Standorte für zu wenig Menschen. Ich bin übrigens gerade auf eine Idee gekommen, wir werden mal eine Folge machen, wo wir ganz viele Zitate und Aphorismen aus der deutschen Dichtkunst irgendwie einflächen lassen. Und an Weihnachten werden wir die Aktien mit bekannten Zeilen aus Weihnachtsliedern und Weihnachtsgedichten kommentieren. Aber kommen wir jetzt zum dritten Punkt. Muss man hier mitmachen als Anleger? Das ist natürlich die Frage für unseren Podcast. Wenn es zu einem Deal kommt, könnte die Commerzbank-Aktie ja erstmal weiter steigen. Schon jetzt liegt der Kurs deutlich über 15 Euro und über den 13,20 die Unikredit bezahlt hat. Die Italiener liegen also schon mal ein bisschen vorne. Ja, und gleichzeitig ist die Bewertung der Commerzbank bereits jetzt recht ordentlich, zumindest gemessen an ihrer eigenen Vergangenheit. Und dabei schauen wir jetzt mal nicht auf die Gewinne, denn die schwanken ja recht stark. Wir haben ja auch die Frage gestellt, wir wissen nicht, wie nachhaltig die sind. Stattdessen werfen wir einfach mal einen Blick auf das Kurs-Buchwert-Verhältnis. Das liegt bei der Commerzbank aktuell bei 0,57. Will heißen, ein Euro, der in der Bilanz steht, wird an der Börse nur mit 57 Cent bezahlt. Und was heißt nur? Das klingt so zunächst nach so einem Schnäppchen. Ist aber tatsächlich die höchste Bewertung, die seit dem Ende der Finanzkrise für die Commerzbank aufgerufen wurde. 2011, 2014, 2018 hatte die Aktie dieses Bewertungsniveau ebenfalls mal erreicht, aber immer nur für ganz kurze Zeit, bevor es dann wieder abwärts gegangen war. Und im Durchschnitt der letzten zwölf Jahre lag das Kurs-Buchwert-Verhältnis der Commerzbank nur bei 0,35. Insofern, damit für die Aktionäre was zu holen ist, müsste man die Bank signifikant höher bewerten, als das bislang der Fall war. Aber gibt es hierfür hinreichende Gründe? Das ist die Frage ja. Zum Beispiel auch eine BNB Paribas, die ja tendenziell breiter und stabiler aufgestellt ist, wird nur mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 59 Cent bezahlt. Eine Unicredit steht bei 97 Cent, eine INGD bei einem Euro 6. Ja, die kommen auf deutlich höhere Bewertungen, sind aber eben auch deutlich profitabler mit Eigenkapitalrenditen von über 16 Prozent, respektive über 13 Prozent. Wie gesagt, nochmal, die Commerzbank ist bei rund 7,5 Prozent. Ich finde es spannend in dem Kontext, Christian, ist auch die Deutsche Bank. Ja, Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,39. Nun hinter der Commerzbank hatten wir auch nicht allzu oft und zusammen mit der Société Générale nun die günstigste Großbank der Eurozone. Aber Problem ist eben, anders als bei der Commerzbank gibt es keinen Katalysator, warum dieser Bewertungsabschlag zum Sektordurchschnitt sich reduzieren sollte. Und es fehlt halt insgesamt bei der Deutschen Bank an einer Vision für die Weiterentwicklung der Bank. Die größten Probleme sind sicherlich beseitigt worden unter Seewing. Es ist wieder ein seriös geführtes Haus. Aber what's next ist die große Frage und die ist nicht beantwortet. Und eine Frage, die ich dir dann immer stelle, Christian, gibt es da irgendwie auch ein ETF zu? Ja, gibt es da nicht auch was von Ratiofarm, weil sonst in der Werbung die Frage. Aber klar, es gibt beispielsweise den iShares Euro Stocks Banks 3015 ETF mit insgesamt 27 Euro Landbanken und einem gewichteten Index KBV von 0,82, also deutlich über dem, was für die Commerzbank aufgerufen wird. Schwergewichte mit je rund 10 Prozent sind Santander, BNP Paribas, Intesa und eben Unicredit. Tja, der Index ist deutlich hinter dem Euro Stocks Gesamtindex zurückgeblieben. Die Banken über zehn Jahre inklusive Ausschüttungen nur 33 Prozent im Plus, während sich der Gesamtindex Euro Stocks mehr als verdoppelt hat. Über drei Jahre hingegen sind die Banken 70 Prozent vorne, der Gesamtindex nur 15 Prozent. Tja, du hast das ja eben schon gesagt, die Zinswende wirkt halt. In die eine Richtung hat sie gewirkt, aber jetzt kommt die Wende in die andere Richtung und auch da wird sie auf die Kurse wirken. Deswegen für mich kein Must-Have im Depot. Genau, und ich meine mich auch zu erinnern, du lässt eher die Finger davon und die einzige Bankaktie, die du hast, ist JP Morgan. Das gilt nach wie vor, oder? Genau. Kommen wir zum nächsten Thema. Auf die Schiene, würde ich mal sagen. Eine weitere große Übernahme bahnt sich an. Der dänische Logistiker DSV hat das Bieter-Rennen um die Bahn-Spedition Schenker gewonnen. DSV und Bahn haben einen Vorvertrag unterschrieben zum Kauf von Schenker für rund 14 Milliarden Euro. Das haben beide Unternehmen vergangene Woche mitgeteilt. Und diesem Abkommen müssen die Aufsichtsräte und der Bund noch zustimmen. Es gab natürlich Bedenken auf vielen Seiten bei den Arbeitnehmervertretern, auch im Gremium der Bahn. Trotzdem ist jetzt ein spannender Bieter-Wettkampf auch zu Ende gegangen. Auf der anderen Seite stand ja noch ein Gebot des Finanzinvestors CWC. Hatte die gleiche Höhe, war ein bisschen anders strukturiert. Und das Interessante ist jetzt eigentlich, dass DSV und Schenker in diesem zersplitterten weltweiten Logistikmarkt die Nummer 43 sich da jetzt zusammentun. Beide beschäftigen etwa 75.000 Mitarbeiter und machten zuletzt jeweils einen Jahresumsatz von um die 20 Milliarden Euro. Christian, wie schaust du auf diesen Deal? Weil Schenker war ja wirklich auch so eine Tragspelle der Deutschen Bahn, hat immer ordentlich was zum Ergebnis geliefert. Und viele haben jetzt auch dieser Tage nochmal diesen Vergleich angestellt, wie die Deutsche Post sich umgebaut hatte und dies DHL aufgebaut hatte. Es gab vor 20 Jahren ja auch ähnliche Pläne mit Schenker, bloß für die Schiene. Bloß, dass man das, was man da jetzt geschaffen hat, erstmal verkaufen will, um die horrenden Schulden der Deutschen Bahn abzustottern, die bei 32 Milliarden liegen. Also irgendwie so richtig cool klingt das alles nicht. Jaja, also man kann das jetzt ganz böse formulieren und sagen, die Bahn verhökert ihr Tafelsilber. Das stimmt ja auch. Aber die Metapher darf man nicht mehr schreiben. Ja gut, aber trotzdem, Straße und Schiene haben ja nicht wirklich zusammengefunden unter dem Konzerndach. Und seit der Übernahme 2002 hat Schenker sicherlich sehr signifikante Ergebnisbeiträge geliefert, aber strukturell und perspektivisch vor allem ja unter der Bahn gelitten, nämlich unter der Kapitalknappheit der Bahn, weil Investitionen ausgeblieben sind. Was sich früher oder später immer rächt, das sehen wir am Schienennetz der Bahn, das sehen wir jetzt auch in Dresden beim Thema Brücke auf tragische Weise. Insofern ist die Trennung zwischen Bahn und Schenker in meinen Augen nicht nur richtig, sondern geradezu überfällig. Nur fragt man sich eben, warum Bahn und Bund das DSV-Angebot bevorzugen. Ja, die Private-Equity-Leute von CVC haben ja wohl eine Earn-Out-Komponente angeboten. Bei einem späteren Börsengang von Schenker hätte der Bund dann direkt nochmal einen Nachschlag bekommen können. Aber man will halt lieber jetzt mehr Geld statt irgendwann in der Zukunft nochmal einen Nachschlag. Tja, ist auch irgendwie logisch, denn wenn dieser Earn-Out in drei bis fünf Jahren wirksam wird, dann ist der aktuelle Bahnvorstand höchstwahrscheinlich nicht mehr im Amt. Spannend trotzdem, dass die Arbeitnehmervertreter eher für das Angebot der Private-Equity-Investoren gefochten haben, was man ja auch nicht so oft hat. Ist wohl doch nicht so böse Private-Equity, zumindest nicht in jedem Fall. Die hatten ja auch interessante Geldgeber im Hintergrund. Aber in diesem Deal steckt natürlich dreimal Börsen. Wir würden das gerne kurz mal aufhechern. Schauen wir erstmal auf DSV. Die wurde 1976 gegründet als De Summons-Lutele-Fognemant. Ich muss das natürlich eigentlich besser aussprechen können als Norddeutscher. Heißt die zusammengeschlossenen Fuhrmänner. Ist seitdem stark gewachsen. Insbesondere auch durch Übernahmen. Unter anderem 2019 haben sie Panalpina aus der Schweiz geschluckt. Und die werden aktuell auch als Beispiel dafür zitiert, dass DSV-Unternehmen wirklich schluckt und nicht erhält. Und in den vergangenen 20 Jahren ist es relativ konstant gewachsen. Hat 10 Prozent pro Jahr beim Umsatz zugelegt. Beim Ertrag sogar knapp 20 Prozent. Und sind hinter Novo Nordis das zweitgrößte Unternehmen im MSCI Dänemark. Auf denen es übrigens kein ETF gibt, um das mal hier vorweg zu schicken. Aber ja auch interessant, was für Global Player dieses kleine Land Dänemark immer wieder hervorbringt. Ja, Novo Nordisk hast du schon genannt. Auch Novo Simms und so. Da ist noch einiges. Ne Maersk wollen wir nicht vergessen. Und der Index ist natürlich ziemlich klumpig in der Rohvariante. Da hat Novo Nordisk jetzt 70 Prozent. Und ich glaube, es ist inzwischen sogar mehr als das dänische Bruttosozialprodukt, was Novo an Börsenbewertung auf die Waage bringt. Aber wie gesagt, es ist sowieso nicht Usage-konform investierbar. Deswegen gucken wir wieder auf DSV. Du hast das Wachstum erwähnt. Und trotz dieser ganzen Übernahme ist die bilanzielle Situation noch recht komfortabel. Umgerechnet 5 Milliarden Euro Netto-Schulden bei 3 Milliarden Euro operativen Ertrag. Das ist jetzt nicht beunruhigend. Das zeigt aber auch, also diese All-Cash-Transaktion. Sie müssen ja 14 Milliarden an die Bahn überweisen für Schenker. Die können Sie so nicht stemmen. Da braucht es schon eine Kapitalerhöhung. Geplant sind 4 bis 5 Milliarden Euro, die man am Markt einsammeln will. Dazu kommen dann also nochmal 9 bis 10 Milliarden Euro neue Schulden. Wird also zunächst die nächsten 2, 3 Jahre mal ein heißer Ritt, bis man dann in diesem De-Leveraging weitergekommen ist, also die Schulden wieder runtergekriegt hat. Und nicht nur gemessen daran scheint die Bewertung mit dem 22-fachen der für dieses Jahr erwarteten Gewinne ziemlich ambitioniert. Allerdings muss man sagen, Kühne und Nagel aus der Schweiz bewegt sich in denselben Sphären. Und anders als bei großen Übernahmen sonst üblich, hat der DSV-Kurs nicht nachgegeben, sondern ist sogar gestiegen. Die Börse schätzt also die Logik hinter dem Deal, auch wenn man den Umsatzanteil der Straße, der ist nämlich momentan nur 25 Prozent, als auch den Umsatzanteil in Deutschland, momentan 8 Prozent, deutlich ausbauen wird. Die zweite Aktie, die in diesem Deal steckt, sind die, die nicht zum Zuge gekommen sind. Das ist CWC mit einem verwalteten Vermögen von 200 Milliarden hinter dem US-Trio Blackstone, KKR und der Carly Group, deren Aktien wir ja hier schon im Podcast besprochen haben. Es ist die größte börsennotierte Private Equity Gesellschaft in Europa, wobei man den Sprung auf das Börsenpaket erst im März dieses Jahres gewagt hat und mit Erfolg, muss man sagen. Der Ausgabepreis war bei 14 Euro, der erste Kurs wurde dann bei 17 Euro festgestellt und derzeit liegt er bei knapp unter 20 Euro. Man hat also bei der eigenen Aktie einiges besser gemacht, denn wir haben natürlich über CWC hier schon einige Male gesprochen, unter anderem als es über Douglas ging, das ist eines der Unternehmen, über die Christian gerne lästert. Einer der bekannten CWC-Deals, Ausgabepreis im März 26 Euro, dann bis Juli abgesagt auf bis unter 17 Euro und auch jetzt bei 20 Euro kein Schnäppchen. Aber ansonsten läuft das Geschäft bei CWC ja. Einnahmen aus Managementgebühren im ersten Halbjahr um 16 Prozent gestiegen, der Nettogewinn ebenso. Und nachdem man 2023 die Rekordsumme von 34 Milliarden Euro an neuen Geldern für neue Fonds eingeworben hatte, ist CWC bei der Jagd nach frischem Geld auch dieses Jahr wieder voll im Plan. Bewertung gemessen am Gewinn in etwa auf demselben Niveau wie KKR, gemessen an den Assets, an der Management sogar günstiger. Und wir haben es ja mehrfach gesagt, Private Equity wird immer mehr zu einem Machtfaktor und zu einer Alternative auch für die Börse. Und bevor man sich irgendwelche margengeladenen Spezialfonds, LTIFs, AIFs und wie diese ganzen Konstruktionen alle heißen, ins Depot legt, kann man eben mit den Aktien direkt an den Firmen partizipieren, die die Gebühren erheben. Wenn man denn die klassischen Aktienmarktschwankungen aushalten kann, die sieht man ja an der Börse, anders als beim Private Equity eben direkt. Und mit Blackstone, Apollo, KKR, EQT und CVC ist man da eigentlich in Summe sehr, sehr gut aufgestellt. Kommen wir ganz zum Schluss noch zur Deutschen Post oder zur DHL Group, wie sie sich jetzt ja nennt. Sie ist nicht Bestandteil dieses Deals, aber man dachte natürlich an die Deutsche Post im Hintergrund. Denn es hätte ja durchaus eine gewisse Logik gehabt, wenn Schenker von einem Staatskonzern zum anderen transferiert worden wäre. Denn nach wie vor ist ja der Bund über die KfW mit 17 Prozent der größte Aktionär der Post. Aber der neue CEO, Tobias Mayer, hat frühzeitig klargemacht, dass man nie in dem Verkaufsprozess drin gewesen sei, weil man das Wertsteigerungspotenzial nicht sehe und weil DHL ja bereits global aufgestellt sei. Ich finde, das ist einerseits nachvollziehbar, andererseits hat man es auf dem Heimatmarkt nun mit einem Konkurrenten zu tun, der mit der Integration in DSV schlagkräftiger sein wird als unter dem Dach der Deutschen Bahn. Ja, und wir wollen ja auch jetzt mal nicht vergessen, für 14 Milliarden Euro hätte sich auch die Post ordentlich nach der Decke strecken müssen. Schließlich steht der Konzern ja bereits mit 18 Milliarden Euro in der Kreide, wobei das auch nur das zweifache EBITDA ist. Ansonsten haben wir bei der Post das Thema aller Logistiker. Wie geht es weiter nach diesem pandemiebedingten Boom and Bust erst richtig rauf, dann dieser Sondereffekt wieder runter. Die Aktie pendelt seit zwei Jahren zwischen 34 und 46 Euro. Uns fällt mir schwer, jetzt irgendwie so einen Anlass auszumachen, warum sich das in absehbarer Zeit denn ändern sollte. Nur mit dem zwölffachen Free-Cash-Flow der letzten zwölf Monate ist die Post deutlich günstiger bewertet als DSV oder Kühne und Nagel. Also nur in etwa die Hälfte. Und die Dividende, die es im letzten Frühjahr gab, 1,85 je Aktie, die erscheint auch mit Blick auf das kommende Jahr gut abgesichert fundamental. Wer also eine Aktie mit einer gewissen Stabilität sucht, 5% verdiente Dividendenrendite möchte, der kann zum Beispiel ein Limit legen bei 37 Euro, knapp 7% unter dem aktuellen Kurs. Und vielleicht sorgt ja der eine oder andere Herbststurm dafür, dass dann die Post ins Portfolio wandert. Zum Schluss noch, liebe Hörerinnen und Hörer, ein Espresso. Ja, große Aufregung in Italien, dem Land des Espressos und der Cappuccinos. Dort gibt es eine neue Herausforderung. Die Kaffeepreise schießen in die Höhe und das sorgt natürlich für Aufregung. Denn die Italiener sind es gewohnt, ihren Espresso für wenig Geld in der Bar zu genießen. Ich tue es im Urlaub auch gerne. Normalerweise zahlt man da ja noch so 1,20 Euro für ein Espresso, vielleicht mal 1,50. Aber das sind ja wirklich so Preise, die einem hier die Tränen in die Augen treiben. Und in Italien werden von Italienern und Touristen circa 6 Milliarden Kaffees pro Jahr konsumiert. Doch das könnte sich ändern, denn die globalen Kaffeebohnenpreise haben einen Rekordhoch erreicht. Und Experten schätzen nun, dass die Preise für eine Tasse Espresso um bis zu zwei Drittel steigen könnte. Das würde bedeuten, dass ein Espresso bald symbolische 2 Euro kosten würde. Und das würde natürlich ein Schock für viele Kaffee-Liebhaber sein. Aber auch manche befürchten jetzt, dass das so das tägliche Kaffee-Ritual der Italiener durcheinander bringt. Ja, das spielt jetzt an auf ein Thema, was wir schon vor einigen Wochen bei Kakao erörtert hatten. Nämlich diese Nachrichten über Rekordpreise. Tja, und wenn man die Charts sich kurz anschaut, dann stimmt das auch. Aber wenn man mal etwas längerfristige Charts zurate zieht, dann stellt man fest, dass die Börsenpreise nicht einmal die schon vor Jahrzehnten erreichten Hochs wieder erklommen haben. Im Fall von Kaffee müssen wir 47 Jahre zurückgehen. 1977 kostete Kaffee nämlich schon mal über 3 Dollar pro Pfund. Und seitdem ging es mit erratischen Ausschlägen hin und her zwischen 50 Cent und knapp 3 Dollar. Aktuell 2,60 Dollar. Ja, also wenn Kaffee heute für den Endverbraucher deutlich teurer ist als damals, dann liegt das wirklich nicht an der Rohware, sondern an Transport und Verarbeitung. Alles, was da noch dazukommt, bis wir ihn denn dann in der Espressobar genießen können. Und wer meint, er muss jetzt Klimawandel hin, schlechte Ernten her, unbedingt auf den Kaffeepreis zocken, der kann das natürlich tun, wie es alles an den Finanzmärkten geht. Mit Produkten auf einzelne Futures-Kontrakte oder eben mit rollierenden Futures, mit Exchange-Traded Commodities. Aber dabei bitte beachten, die aktuelle Backwardation der Kaffee-Futures-Kurve, die kann auch schnell wieder in ein Contango drehen und dann verliert man beim Rollen beständig Geld. Tja, und wer nicht weiß, was mit Backwardation, Contango, Rolling Futures denn tatsächlich gemeint ist, der sollte von Rohstoffspekulationen generell die Finger lassen. Ich tue das ja, wie ich das hier mal erklärt habe, noch aus ganz anderen Gründen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war es für heute. Ich hoffe, Sie hatten Spaß und genehmigen sich jetzt erstmal an Espresso, solange es noch günstig ist. Machen Sie es gut und kommen Sie gut durch die Woche. Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche.